Ich bin gerade richtig müde, ich habe die letzte Nacht nicht so gut geschlafen, weil ich habe noch ein paar Freunden zugeguckt, wie sie die 3 Nacht Challenge gemacht haben, die sind hier unten, die verlinkt, auf jeden Fall vorbeikommen, abonnieren, liken und noch aktivieren das Bescheid, ich glaube ich bin gleich ein, also, tschüss. Ich bin jetzt gerade eingeschlafen fast und ich mache jetzt frisch, frühstücke jetzt, ziehe mich um, dusche nochmal und wir sehen uns danach wieder, tschau. Jo Leute, ich bin angezogen, bin fertig, habe ich schon geduscht, jetzt geht es noch zum Frühstück, das ist ein bisschen, tschüss. Und natürlich nicht vergessen, das Gewinnspiel ist es mehr wichtig für mich, einfach für Sport, die sie jetzt haben, diese Zeitung zu gewinnen oder das Krimi für die, die Leserraten sind eben, dieses Buch ist noch zu gewinnen. Jetzt ist es ein Krimi, zentral, auf jeden Fall, jetzt geht es zur Frühstück, aber richtig so. Frisieren und habe ich alles gemacht hinter mir. Gewünscht, wie gesagt, auf jeden Fall ausstecken, Leute, diesmal hier das Krimi und die Sport-Marathon. Bis zum nächsten Mal.